Ich bin Reinhard Alsbach, ich bin 66 Jahre alt, ich bin zwischenzeitlich Pensionär und ich bin Demeter Obstanbauer im Nebenerwerb. Ich mag die Vielfalt der Stadtteile, ich mag die Landschaft, ich mag Rhein und Mosel, die interessanten Höhenzüge, ja und ich mag die Koblenzer. Ich bin seit über 20 Jahren im Ortsbeirat Koblenz-Rübenach. Die Arbeit hat mir Spaß gemacht und macht mir immer noch Spaß und ich kann mir durchaus vorstellen, auf einer höheren Ebene jetzt die Arbeit im Stadtrat weiterzuführen. Die Anliegen der Bürger in Koblenz sind mir wichtig, im Bezug auf Umweltschutz, Landschaftsschutz, Klimaschutz, Bodenschutz. Ich lebe in Koblenz-Rübenach in einem Stadtteil, der geprägt ist von LKWs und PKWs in Übermaß. Der Lebensraum in Rübenach wird immer schwieriger. Insofern ist es mir wichtig, dass konkrete Maßnahmen ergriffen werden in naher Zukunft, wie diesem Verkehrschaos, eventuell Verkehrsinfarkt, entgegengesteuert werden kann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.